Was ist los, Kätzchen? Ja, warum? Was ist passiert? Willst du nicht darüber reden? Nein? Ist es so schlimm? Oh Gott! Ich kann mir gar nicht vorstellen, was passiert ist. Was ist denn passiert? Kätzchen, du musst mir das sagen. Dreh dich nicht weg. Was denn? Hm? Sag, was war los? Was war mit der Fliege? Ist abgehauen und du konntest sie nicht fangen? Oh, mein armes Baby, das tut mir voll leid. Sollen wir sie suchen? Hm? Warum? Hat Apollo sie etwa dann gefangen und gegessen? Oh, Apollo! Hast du Cosmo die Fliege weggeschnappt? Guck mal, er ist doch jetzt voll traurig. Fliegen müsst ihr euch teilen. Ne? Wenn das nächste Mal einer von euch eine Fliege fängt, dann müsst ihr sie euch teilen. Ich weiß zwar nicht wie, aber ihr werdet das sicherlich hinkriegen, oder Apollo? Oder Cosmo? Ja, bestimmt. Ja, ne? Bestimmt. Vielen Dank.